Der Streit zwischen Silvia Wollny und Tochter Kalanta Wollny gehört zu den dunkelsten, Wollny, Kapiteln überhaupt. Leidtragende ist die kleine Kataleja. Die Wollnys, eine schrecklich große Familie, läuft wieder mit neuen Folgen auf RTL ZWEI. Erneut mit dabei, die kleine Kataleja Wollny. Wieder einmal nicht dabei, die Mutter der kleinen, Silvias Wollnys Tochter Kalanta. Dass hier irgendwas nicht stimmt, ist längst klar. Doch was genau hinter der Abwesenheit der 23-Jährigen steckt, gibt nach wie vor Rätsel auf. Die Wollnys, wird Kataleja Wollny bei Silvia Wollny in der Türkei aufwachsen. Was Fans dabei vor allem interessiert, hat Silvia Wollny mittlerweile das alleinige Sorgerecht für Püppi. Und wenn ja, warum? Wir erinnern uns. Im Februar 2020 hatte Kalanta Wollny schwere Vorwürfe gegen ihre Mutter Silvia erhob. Mama hat mitbekommen, dass ich ausziehen möchte. Ich hatte vor ein paar Monaten schon mal mit ihr darüber gesprochen. Und dann hat sie halt gesagt, dass sie dann das Jugendamt informieren wird. Vor einer Woche hat die Mama dann das Jugendamt informiert, so die Wollny-Rebellin damals via Instastory. Silvia habe ihr vorgeworfen, sich nicht richtig um Kataleja kümmern zu können. Sie wolle ihr Kind allerdings nicht aufgeben und um Püppi kämpfen. Ich lasse mir die Kleine nicht wegnehmen, lautete das Schlussplädoyer. Wie es danach weiterging, was hinter den Kulissen ablief, ist unklar. Was jedoch auf der Hand liegt, Kalanta hat ihren Kampf um die kleine Püppi verloren. Denn das Kind befindet sich seit Jahren in der Obhut von Silvia Wollny. Wer das entschieden hat, obwohl das Leben bei Silvia Wollny für die Kleine auch mit der Darstellung im TV und einer Menge öffentlicher Aufmerksamkeit einhergeht, ist unklar, zumal Kalanta selbst genau hierunter Zeit ihres Lebens sehr litt. Auch Jeremy Pascal Wollny zog sich als Erwachsener aus dem Rampenlicht zurück. Erklärte mehrfach, wie belastend das Leben im Mittelpunkt als Kind gewesen sei. Hinzu kommt, Silvia Wollny geriet mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt. Kalanta Wollny – Funkstille nach Sorgerechtstreit Erst vor einigen Wochen gab Silvia Wollny auf Instagram im Rahmen einer Fragerunde das neueste Update zur Kataleja-Causa. Ein Fan hatte wissen wollen, ob Püppi in der Türkei zur Schule gehen wird. Das wird sich mit der Zeit zeigen, hatte Silvia Wollny darauf geantwortet. Karl Taleja wird am 21. Dezember 2023 fünf Jahre alt. Bis zur Einschulung ist es nicht mehr lange hin.